Hier im Münchner Olympiastadion findet die Stabhochsprung-Meisterschaft im Ligen statt. Das ist Martin Fingler bei seinem letzten Versuch über 5,60 m. Schneller Anlauf. Und er reißt. Schade. Letzter Sprung. Doch noch kann das zum Sieg reichen. Aber als letzter Springer ist Heiner Kerner dran, der die Latte nochmals höher legen lässt. Und er will ganz hoch pokern. 6,50 m. Wahnsinn. Das wäre ein neuer Weltrekord. Hat er sich da verrechnet? Ein riskantes Unterfangen. In diesem Fall kommt er mit einer neuen Technik aus Asien. Er steht auf der Stange und springt hinunter. Da war sogar noch Luft drin. Fantastisch. Neuer Weltrekord mit einer sensationellen Technik. Und da applaudiert auch Martin Fingler. Fairer Verlierer. Und damit sind wir gleich bei der Siegerehrung der drei Finalteilnehmer. Standing Ovations des Publikums, um diese großartige Leistung zu feiern. Das ist wirklich ein wunderschöner Abschluss dieses Stabhochsprung-Meetings im Liegen. Damit verabschieden wir uns aus dem München Olympiastadion und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss allerseits.